Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 106 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 2800 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017